Marius Ebert, hier in diesem Video geht es um den Handelsfachwirt bzw. die Handelsfachwirtin und zwar seine oder ihre Karrierechancen. Vielleicht sollten wir zunächst einmal den Begriff klären in dem Sinne, dass ich Ihnen mal die englische Übersetzung gebe für den Fall, dass Sie in einem international orientierten Unternehmen arbeiten und das tun ja viele heute. Also auf Englisch heißt dieser Titel dann Bachelor Professional of Trade and Commerce. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz CCI, das ist eine Klammer, das ist ein C hier, CCI, Chamber of Commerce and Industry. Bachelor Professional of Trade and Commerce, Chamber of Commerce and Industry, das ist der englische Titel. So, was hat man für Möglichkeiten? Zunächst einmal auch das noch sozusagen als Vorspann. Es braucht gewisse Zugangsvoraussetzungen, um diesen Abschluss machen zu können. Das will ich jetzt hier in diesem Video nicht erläutern, sprengt so ein bisschen den Rahmen und führt uns in ein anderes Thema. Deswegen können Sie das bekommen, wenn Sie auf den Link unter dem Video klicken. Gleich kommt da noch der Hinweis nochmal genauer dazu. Schauen wir uns jetzt also die Karrierechancen an. Hier ist der Handelsfachwirt, die Handelsfachwirtin, ihr erlaubt mir mal diese Abkürzung. Und der Handelsfachwirt hat nun im Prinzip drei Möglichkeiten. Der, der diesen Titel jetzt hat, hat im Prinzip drei Möglichkeiten. Einmal kann es gehen in die Richtung eines Abteilungs oder in dem Fall Marktleiters. Wir sind ja im Handel hier, das heißt, das nennt man dann ja einen Markt, eine Filiale von einem großen Handelsunternehmen. Heißt da Marktabteilungs- oder Marktleiter, lassen wir das erst weg. Also das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre die Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, indem Sie einen Markt übernehmen selber, einen kleinen vielleicht Markt übernehmen, also mittelständisches Unternehmen, kleines mittelständisches Unternehmen, KMU, wie man ja so schön sagt. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie können tatsächlich, wenn Sie einen solchen Fachkaufmann oder Fachwirt haben, können Sie tatsächlich ein Studium noch anschließen. Und zwar egal in welchem Gebiet und zwar egal wo, ein Studium an einer Fachhochschule und an einer Universität. In dem Fall wäre es ein Oder, ja, also entweder Fachhochschule oder Universität. Beides ist möglich mit dem Handelsfachwirt. Im Prinzip gibt es sogar noch eine vierte Möglichkeit. Das zeige ich Ihnen mal auf der nächsten Seite. Denn wir haben ja ein zweistufiges Prinzip, erste Stufe, zweite Stufe, im Rahmen dieses Weges Karriere mit Lehre. So, das ist also der Weg. Hier Karriere mit Lehre. Das ist der Weg. In der ersten Stufe ein Fachkaufmann bzw. Fachkauffrau oder ein Fachwirt, wie zum Beispiel der Handelsfachwirt. Branchenspezifisch heißt es immer Wirt, also die Branche heißt Handel, also Handelsfachwirt. Und in der zweiten Stufe dann der Betriebswirt, die Betriebswirtin IHK. Das kann man natürlich auch machen. Man kann auf diesem Karriereweg weiter voranschreiten und Betriebswirt IHK. Und das ist dann die Qualifikation wirklich für eine Top-Führungsposition. Bitte dabei immer bedenken, diese Abschlüsse sind niemals eine Garantie. Sondern wenn wir das Wort Karriere, das hat ja bei uns eine etwas andere Prägung als das englische Wort Career. Karriere heißt ja Erfolg. Der hat Karriere gemacht. Damit meinen wir, der hat Erfolg gehabt. Career im Englischen ist einfach nur der berufliche Lebensweg. Hier hat es etwas mit Erfolg zu tun. Karriere ist das Resultat von mehreren Faktoren. Da ist einmal natürlich der Abschluss und über den rede ich in diesem Video. Also Handelsfachwirt ist zum Beispiel eine solche wichtige Voraussetzung. Das bringt Ihnen eine gewisse Fachkompetenz und die brauchen Sie, sonst werden Sie auch nicht ernst genommen. Ja, dazu gehört aber dann auch der Wille. Dazu gehört Durchhaltevermögen. Also Wille über eine längere Zeit. Dazu gehört der Faktor Glück bzw. die Umstände. Ja, wenn an der richtigen Stelle jemand wegbefördert wird oder jemand stirbt, soll nicht zynisch klingen, ja, dann ergibt sich ein Weg, der sich vorher nicht ergeben hat. Ja, das nenne ich den Faktor Glück oder Umstände. Und der spielt auch eine Rolle, ganz klar. Ja, also das sind Faktoren, das ist nicht vollständig hier. Sehr viel Fleiß gehört dazu. Ja, sehr viel Fleiß. Ständige Lernbereitschaft und auch vor allem die Umsetzung des Lernens. Das wird ein Karrierefaktor für die Zukunft, die schon begonnen hat. Also nach meiner Einschätzung wird derjenige Erfolg haben, der bereit ist, nicht nur bereit ist, sondern es auch umsetzt, ständig dazu zu lernen. Ja, also wer seine Lernprozesse beschleunigt, der wird erfolgreich sein. Also Lernbereitschaft und Lernumsetzung, das sind Karrierefaktoren. Ja, und erst dann kann man diese Ziele auch erreichen, wenn alles auch zusammenkommt. So, machen Sie den ersten Schritt. Und zwar machen Sie folgendes. Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Hier ist das Video und unter dem Video finden Sie einen Link. Klicken Sie auf diesen Link, dann erscheint eine Folgeseite. Und auf dieser Folgeseite tragen Sie einfach Ihre E-Mail ein und drücken auf Abschicken. Ja, kostenlos und unverbindlich bekommen Sie dann die Zugangsvoraussetzungen für den Handelsfachwirt. Diese Unterlage brauchen Sie sowieso. Ja, die sollten Sie in der Schublade haben. Das heißt, hier ist die Gelegenheit, sie zu bekommen. Klicken Sie auf den Link auf der Folgeseite, tragen Sie Ihre E-Mail ein, kostenlos und unverbindlich bekommen Sie die Zugangsvoraussetzungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das, was immer Ihre Vorstellungen sind von Karriere und von Leben. Es gibt ja nicht nur Karriere. Es gibt auch Familie. Es gibt Sport. Es gibt Freizeit. Es gibt alles Mögliche, was man mit seinem Leben machen kann. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erreichen, was Sie sich da für Ihr Leben vorstellen. Alles Gute, Marius Ebert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erreichen, was Sie sich da für Ihr Leben vorstellen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erreichen, was Sie sich da für Ihr Leben vorstellen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erreichen, was Sie sich da für Ihr Leben vorstellen.